Ne, ein bisschen in die Richtung. Okay. Ah, hier ist die Brücke, die wir gesehen haben. Ah, okay. Geht also doch ohne dem Jaguar zu begegnen. Nice. Und da haben wir dann auch schon den Schmugglerturm, glaube ich, hieß er. So. Die Fackel... Ich hab kein Fleisch zum Braten. Die Fackel lege ich da einfach hin. Brauch kein Schwein. Kiste. Proviant und Perle. Die Fackel rollt dahinter. So, wo ist dieser Typ? Das da. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Punktstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurst-Tochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck rum. Bei einem Spielgewande wird jedoch den Spiegel und rückt ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Sehr interessant. Trank. So, das wird dann Jackson. Das sieht ja aus wie Lago. Wind um die Nase weh. Ich bin Jack, der Turmbächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha! Schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Schön wär's, Junge. Nicht, seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Ah, Termiten. Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich will bei Stahlbart anheuern. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Ich komme von Buß. Er wartet auf die Zuckerlieferung. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie weg ist. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben. Er hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Ei, immerhin hat er es überlebt. Aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Buß. Okay. Wegen der Termiten. Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Okay. Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Ich kann denen auch folgen, wenn ich sie angreife. Okay, da unten ist der Strand. Da geht es bestimmt hier runter. Ich nehme die Fackel gleich wieder auf. So. Und dann schauen wir mal. Ob wir das Termiten-Nest finden und die Zuckerlieferung Buß endlich bringen können. Ist das schon eine Termite? Dann haben wir schon eine Termite. Die mache ich fertig. Termiten sind einfach. Gut. Aber noch einer. Ach du Scheiße, was geht denn mit denen ab, bitte? Hilfe! Ach du Scheiße, Mann. Ich bin fast tot. Fuck. Ich muss die mit von Nahkampf bekämpfen. Scheiße. Die Viecher sind echt kacke. Und die einen scheiß... Okay. Gut. Ich glaube, ich mache das doch anders. Gut. Ich mache das lieber auf die sanfte Art. So, ich greife sie nicht an. Aber sie mich. Alter, machen die viel Damage. So, und ich muss ganz kurz eine Aufnahmepause machen. So, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, und da bin ich auch direkt wieder. Ich habe noch gerade einen Anruf bekommen. Tut mir leid. Aber, ähm, ich muss jetzt auch gleich wirklich eine richtige Aufnahmepause machen. Ich kämpfe nur noch schnell noch die Termiten da fertig. Scheiße. Oh, doch nicht, ne? So. Kommt immer mehr. Ja. Uuuh. So. So, dann sammle ich hier schnell noch die ganze Kacke ein. Die ganzen Sicheln. Und dann esse ich schnell noch was. Und dann, Leute, beende ich hiermit dann jetzt auch die Aufnahme richtig. Wobei ich gucke noch schnell. Oh, ganz schnell muss ich noch gucken, was dann da so rumliegt. Vielleicht eine Kiste. Nee, keine Kiste. Scheiße. War das ein Boot? Nein, gut. Scheiße, das ist schon wieder ein Termin. Fuck. Gut, die mache ich ja noch fertig. Ist ja easy, ne? So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ciao. Und bis dann. So. Und hier im Maitan. Willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Wir sollten, wir sollten die Zuckerlieferung holen und sind dort bei Jack, zu Jack, beim Schmugglertum gekommen. Und sollten die Termitenklage erledigen, soweit ich weiß. Und irgendwie, weil die Termiten haben die, ähm, den geklaut. Die Zuckerlieferung. Genau. Und dann müssen wir jetzt erstmal die Termitenklage erledigen und dann fangen wir auch zum Termiten-Nest. Dann haben wir gleich zwei Stück. Au. So, und kaputt. Ja. Bereit. So, Termiten hätten wir alle. Jetzt brauchen wir noch drei Termiten-Krieger. Hm. Ist hier richtig? Ne, sieht's nicht so richtig aus. Und hier? Hm, sieht auch nicht so nach Termiten aus, ne? Komm, geht durch. Oh, es kommt auch neu. Ach komm, ich hasse euch. Scheiß Sandteufel. Ja, ich habe jetzt mal eine neue Maus, die es übrigens echt nah ist. Dann gehe ich einfach mal am Wasser entlang. Mal gucken, ob wir da haben, die irgendwo, die, das ist das, ich würde wohl ein Termiten-Krieger sein. Au. 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 Du Arsch. So, tatsächlich mal essen, ne? Fick dich. Au. Du Arsch. Der macht mich fertig, der Opfer. Au. Ja, geht doch. Alter, das war knapp. Ach, erstmal warten und speichern. So, dann haben wir hier noch Sandteufel. Oder? Eine Gagernis. So. Wo ist denn jetzt hier das Termiten-Nest? Hier waren wir gerade, oder? Äh. Ist das hier irgendwie dahinter, oder so? Ah, hier, oder? Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich fahr jetzt noch kurz, bis mein Leben voll ist. La, 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 la. Vielleicht geht das auch nochmal im Locken-Buris. So. Ja, super. Und zwar. Wir müssen diese Zuckersäcke da finden. Und wir sollen diese Termiten-Plager da irgendwie fertig machen. Ach komm, ich geh jetzt nicht so an. Wird ja nicht so schlimm kommen, ne? Und eine Fackel. So. Und was haben wir da? Ein Termiten-Krieger. Da müsste ich eine Kiste, so wie ich sehe. So. Und was haben wir da? Ah, den ersten Zuckersack. Nice. Da kann man hochklettern. Aha. Noch ein Zuckersack. Oh, das ist noch einer. Kiste. Okay, dann fehlen es noch zwei Zuckersäcke. Da steht noch einer. Hier. So, dann fehlt jetzt noch ein Zuckersack. Ah, der ist hier. Nice. Dann hätten wir die Zuckersäcke auch. Aber hier können wir...